Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Bobbel des Monats und heute habe ich euch was ganz besonderes mitgebracht, gibt es noch gar nicht so lange in meinem Online-Shop und zwar den ganzen Monat lang ist ja immer der Bobbel des Monats etwas günstiger im Preis in einigen Lauflängen und in diesem Monat habe ich mich dafür entschieden den Bobbel Purzelbaum als Bobbel des Monats anzubieten und die meisten von euch wissen das schon, einige von euch die ganz neu hier bei mir sind noch nicht. Der Bobbel des Monats ist immer in den Lauflängen 800 Meter, 1000, 1200 Meter, 1400, 1600, 1800 und 2000 Meter den gesamten Monat lang mit 2 Euro Rabatt im Angebot, also 2 Euro günstiger als ja zum Normalpreis in den unterschiedlichen Lauflängen und ja also wie gesagt den ganzen Monat lang jetzt der Bobbel Purzelbaum den findet ihr in der Kategorie 4 Farben in meinem Online-Shop und den Link dazu hinterlasse ich euch in der Infobox direkt unter diesem Video oder hier wahlweise eingeblendet und der Rabatt wird euch automatisch dann im Warenkorb abgezogen und natürlich gibt es auch ja ganz ganz viele andere Wicklungen in meinem Shop also wer sagt das ist jetzt im Moment nicht ganz das wahre für mich ich stehe mehr so auf andere Farben der sei herzlich eingeladen mal in meinem Shop rein zu schauen aber wie gesagt jetzt diesen Monat ist dieser Bobbel der Bobbel Purzelbaum im Angebot der es noch gar nicht so lange in meinem Shop gibt und ja wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern vielleicht habt ihr euch ja bereits jetzt in diesen Bobbel verliebt ich werde mit diesem mit dieser Farbkombi ein Projekt demnächst starten ich weiß noch nicht genau wann es sein wird aber das habe ich mir schon fest vorgemerkt und vielleicht habt ihr ja auch schon die eine oder andere Häkel Idee dazu vielleicht mögt ihr das ja auch mal in den Kommentaren hinterlassen falls ihr sagt oh das ist genau mein Ding und mit diesem Bobbel habe ich vor Projekt XY zu machen ja wie gesagt wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Stöbern und würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid dann gibt es mit Sicherheit wieder eine Anleitung ich bin mir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so sicher ob es eine Strick oder eine Häkel Anleitung sein wird muss ich mir noch überlegen muss ich nochmal nachschauen und ja freue mich wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid bis zum nächsten Mal eure Romy tschüss